Vor 2000 Jahren sagten die Maya voraus, ein höheres Wesen würde die Erde besuchen. Ein Zufall? Ist er ein außergewöhnlicher Allround-Athlet oder abhängig von diesen runden, sich drehenden Objekten? Ich mach einfach nur Cross-Training. Cross-Training, X-Training, extraterrestrisch, also ausserirdisch. Und seine Schuhe? Dann schon fast zu offensichtlich sein Name. Die Zeichen sind überall. Entscheiden Sie selbst, ist all das nur Spekulation oder ist er zu gut, um ein Mensch zu sein?